Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Crypto Anarchist. Der Preis von XRP ist heute bei 49 Cent, wieder 2% nach unten gegangen. Der ganze Markt ist auch allgemein eher wieder im roten Bereich. Wir haben allen voran Wrapped Millix mit 7,3% im Minus und Bitcoin liegt aktuell bei 67.800, also auch wieder ein bisschen nach unten gegangen, eigentlich eher stabil und deswegen der ganze Markt auch eher noch ausgeglichen mit einer Tendenz zum roten. Aber das soll uns ja nicht stören, denn wir schauen einmal direkt rein, denn wir haben hier Jack the Rippler und es gibt ein neues Dokument von vor Gericht und zwar geht es hier um ein Dokument, das Ripple eingereicht hat, denn sie fordern jetzt hier eine sehr, sehr milde Strafe eigentlich. Es geht ja gerade noch darum zu gucken, welche Strafe Ripple vielleicht erwarten könnte, denn es wird wahrscheinlich auf eine Strafzahlung am Ende hinauslaufen, denn XRP ist keine Security, das war somit alles rechtens, auch die Fälle gegen Brett Garlinghouse und Chris Larson als Einzelne sind soweit eigentlich abgeschlossen. Das Einzige, was jetzt noch im Raum steht, ist, ob sie einzelne XRP-Trades hätten machen dürfen oder nicht. In jedem Fall ist es jetzt aber so, dass Ripple hier einen Präzedenzfall anbringt, denn dieses Jahr wurde ja auch das Thema Terraform bzw. Terra Labs verhandelt. Da ging es ja auch um verschiedene andere Kryptowährungen, bzw. in dem Fall jetzt hier um Terra Luna, das habt ihr bestimmt alle mitbekommen damals, und dass der Coin auch komplett geruggt wurde bzw. eigentlich nach unten gegangen ist. Dukwong, der CEO davon, war dann ja auch lange gesucht, war dann auch teilweise im Gefängnis und wieder raus und was auch immer. Also da ging es auch ordentlich hin und her. Aber der Punkt eben hier ist, dass der Fall Terra Labs eigentlich viel, viel größer war als Ripple und dass in diesem Fall eine deutlich geringere bzw. deutlich mildere Strafe hier gefordert wurde, in dem Fall 0,6 bis 1,8 Prozent von dem sogenannten Gross Revenue. Und genau das Gleiche möchte Ripple jetzt hier auch nochmal anbringen, dass also dieser härtere Fall, der schlimmere Fall quasi, schon eine deutlich mildere, deutlich kleinere Strafe irgendwie mit sich gezogen hat. Und deswegen kann es natürlich nicht sein, dass man jetzt hier bei einem kleineren Vergehen, in Anführungsstrichen, da am Ende auch mehr bezahlen müsste. Also mehr als diese 0,6 bis 1,8 Prozent von dem Gross Revenue. Wenn man das so sieht, denke ich mal, macht das auf jeden Fall Sinn. Natürlich weiß ich nicht, was man am Ende von den verschiedenen Gerichten hier zu erwarten hat. Also klar, die basieren alle irgendwie aufeinander, die Urteile, aber es heißt ja nicht, dass das unbedingt so kommen muss. Ich finde aber trotzdem, dass die Richterin bis jetzt einen sehr vernünftigen Eindruck gemacht hat und das bis jetzt immer sehr vernünftig argumentiert hat. Von daher, ja, am Ende warten wir wahrscheinlich auf eine gewisse Zahlung. Da muss Ripple halt ein paar Millionen bezahlen, kann uns eigentlich ziemlich egal sein. Und dann ist das ganze Ding auch endlich mal durch. Wer nochmal tiefer einsteigen möchte, der findet natürlich auch den Dropbox-Ordner nochmal verlinkt, mit den ganzen Dokumenten eingescannt und hier schön zum Selbstnachlesen. Ich glaube, für die meisten Leute von euch reicht aber so eine kleine Zusammenfassung wie hier. Das ist halt immer dieses ganze Juristen-Deutsch oder in dem Fall Juristen-Englisch, wo es dann um die verschiedensten Zahlen geht, hin und her. Also ja, auf jeden Fall immer sehr, sehr tief, wie man da reingehen kann. Aber zu diesem Thema habe ich noch von Brad Garlinghouse, dem CEO von Ripple, eine Aussage. Denn er hat hier auch auf seinem letzten Talk, der war nämlich vorgestern, dazu gesprochen und hat dann gesagt, ja, er denkt, dass das ganze Ende des Sommers, also spätestens bis 21. September, sagt er hier so, dann wirklich auch mal beendet ist. Und ja, September hört sich erstmal noch weit an. Wir sind aber gerade heute zum Beispiel am 14.06. ja auch schon mitten im Sommer drin. Und ich glaube, das wird auch alles nicht mehr allzu lange dauern. Ich würde mich auch sehr wundern, wenn es dann genau am 21. September irgendwie passiert. David Schwarz im Hintergrund, der CTO von Ripple, der auch mit dabei ist, der muss dann hier ein bisschen kichern, beziehungsweise lacht dann im Hintergrund so ein bisschen. Kann natürlich positiv sein, kann negativ sein. Das kann man immer auf beide Arten interpretieren. Ich könnte mir A vorstellen, dass es vielleicht so kurz davor ist, zu enden, dass er sagt, haha, ja, lustig und eigentlich kommt morgen die News, dass es zu Ende ist. Das wäre natürlich der positive Aspekt. Auf der anderen Seite könnte man auch erwarten, dass David Schwarz lacht, weil er weiß, okay, das Ding ist noch lange nicht zu Ende und wir müssen noch wochenlang warten. Das kann man nicht sagen. Ich bin ja auch nur Beobachter hier, habe leider auch keine Insider-Informationen, wie die meisten in den Kommentaren immer, die ja immer schon genau wissen, was passiert. Aber ja, ich denke mal, wir werden jetzt die nächsten Wochen hier noch ein bisschen Spaß mit dieser Klage haben. Aber theoretisch kann es natürlich jederzeit enden und theoretisch wird es auch wahrscheinlich im Sommer enden, so Brett Garlinghaus. Weiter geht es dann hier mit einer Zusammenarbeit von Ripple und der Firma AHAXX, also in dem Fall ein Exchange quasi. Und mit ihrer neuen Partnerschaft wollen sie eine weitere große Nische für sich erobern, nämlich die sogenannten Real-World Assets. Die Real-World Assets sind im Endeffekt alle Realwerte, die ihr euch so vorstellen könnt, sowohl vielleicht Immobilien als auch Edelmetalle und ja, alles, was man noch sonst so physisch quasi haben kann. Und das Ganze soll halt eben tokenisiert werden auf der Blockchain. Und in dem Fall möchte man über das nächste Jahr, also ja, 2025 dann wahrscheinlich groß nutzen, um weitere Real-World Assets dort zu tokenisieren. Das Wichtigste ist mit Sicherheit immer die regulatorische Hürde. Also technisch gesehen wäre es kein Problem, ein NFT zu erstellen und dann zu sagen, hey, dieses NFT hat zum Beispiel 10.000 Stücke oder 100.000 Stücke. Das heißt also, ich könnte dann ein Haus in 10.000, 100.000, wie viel auch immer, Stücke quasi aufteilen. Das würde schon funktionieren. Also technisch wäre das wahrscheinlich innerhalb von ein paar Stunden erledigt. Aber die regulatorische Hürde, die genauen Besitzzustände quasi zuzuschreiben, wer was besitzt, auch im Grundbuch diese Eintragungen vorzunehmen und so weiter, das sind mit Sicherheit alles ein paar schwierigere Hürden. Aber wenn man eben hier auch mit einer Börse schon zusammenarbeitet, hat man natürlich auch keine Probleme, diese Coins dann irgendwo zu listen. Also stellt euch mal vor, wir hätten dann hier eine Kooperation zwischen Ripple und einer Immobilienfirma, die vielleicht 100, 200 oder 1000 Immobilien besitzt und man könnte parallel alle diese verschiedenen Immobilien dann auch schon auf einer Börse listen, die bereits compliant ist, die quasi reguliert ist. Also ich sehe da schon definitiv Potenzial, was solche Synergien anbetrifft. Die Frage ist eben halt nur, wann wird das Ganze passieren? Ripple nimmt sich sehr viel vor, das wissen wir mittlerweile. Sie haben dieses Jahr noch den Stablecoin auf dem Zettel, sie haben sowieso die Klage noch permanent an der Hacke. Also all diese Sachen sind da für Ripple auch noch ein gewisser Klotz am Bein, würde ich sagen. Aber sie wollen eben viel machen, sie haben viel vor und deswegen müssen sie auch viel geben, würde ich sagen. Von daher bin ich gespannt, ob 2025 das Jahr der Real World Assets und der Tokenisierung wird. Vielleicht sogar angetrieben von einem gewissen Bullrun, der dann da Ende des Jahres starten könnte, also Ende diesen Jahres und dann sicherlicherweise auch 2025 mit reinziehen würde. Was man aber hier nicht vergessen darf ist, dass sowohl AHAX bereits mit Metaco zusammenarbeitet, also dass sie bereits die Harmonize-Plattform von Metaco verwenden. Und ihr wisst, Metaco wurde aufgekauft von Ripple. Aber Ripple jetzt eben auch den XRP Ledger damit ins Boot holt und sagt, okay, diese ganze Tokenisierung, die Real World Assets, die müssen auf den XRP Ledger. Gar keine Frage. Und das war ja nochmal so ein häufiger Kritikpunkt, dass Ripple aktuell ja weniger über den XRP Ledger spricht. Ich bin der Meinung, sie haben da schon einige Statements und auch einige gute Presseberichte in der Vergangenheit abgeliefert dazu. Aber für die Leute in den Kommentaren kann es natürlich gar nicht genug um den XRP Ledger gehen, was ich auch total verstehen kann, versteht mich nicht falsch. Aber Ripple kann einfach nicht in jeder Pressemitteilung, in jedem Statement und irgendwie überall immer XRP permanent erwähnen, ohne dass es irgendwann halt lächerlich wirkt. Also ja, XRP ist das Herzstück, der XRP Ledger ist das Herzstück von Ripple und das werden sie auch weiterhin bleiben. Aber man kann es halt auch übertreiben und in dem Fall möchte Ripple es, glaube ich, nicht übertreiben. Trotzdem ist der XRP Ledger hier natürlich wieder erwähnt. Und dann geht es noch weiter und zwar zum Thema Fireside Chat, denn hier haben wir einmal David Schwartz, den CTO, und er spricht über die verschiedensten Ausblicke, die jetzt in Zukunft auf uns warten. Und da ist natürlich einmal das Thema AHAX mit Real World Assets dabei. Dann noch das Thema EVM-kompatible Sidechain. Dazu habe ich gestern schon ein bisschen was gesagt und schaut da gerne nochmal rein, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Der Ripple Stablecoin, entweder Ripple US-Dollar oder Real US-Dollar. Und natürlich der Korea-Japan-Fonds, der jetzt ebenfalls neu aufgesetzt wurde. Der wurde bereits vor drei Tagen angekündigt. Dazu habe ich natürlich auch ein Video gemacht. Abonniert natürlich auch gerne diesen Kanal, wenn ihr sowas nicht verpassen wollt. Also hier nochmal eine schöne Zusammenfassung von den ganzen Features, die jetzt neu auf dem XRP Ledger sind. Und einige Leute spekulieren auch, ob Brad Garlinghouse uns mit diesem T-Shirt ein bisschen was sagen will. Eine Nachricht quasi schicken, denn er hat hier ein schönes XRP-Shirt getragen. Und allein das wäre ja schon schön, aber nein, er hat im Hintergrund noch den Mond und den Astronauten. Mit so einem kleinen XRP-Logo hier drauf. Ist auf jeden Fall ganz süß gemacht. Natürlich kann man sagen, haha, ja, das ist alles nur Spaß und to the moon, höhö. Aber die Frage ist trotzdem, warum ziehen solche Leute sowas an? Ist das nur aus Spaß? Ist das nur, um rumzutrollen? Oder nicht vielleicht doch zu sagen, so, hey Leute, ich bin bullish auf XRP. Wer auch mit Sicherheit extrem bullish ist, ist Pollux. Denn er hat hier innerhalb der vergangenen Tage, genauer gesagt vom 2.4. bis zum 13.6. insgesamt über 6.000 XRP gemacht, indem er den Automated Market Maker verwendet hat. Da sagt er hier, nichts ist so gut wie DeFi, also Decentralized Finance. Ich bereue nichts. Sei früh dabei, dann geht es dir besser, sagt er quasi. Und hier einmal sein komplettes Portfolio, also von 13k XRP auf 19k XRP. Crazy, wie hoch das gestiegen ist. Das heißt, in ein bisschen mehr als zwei Monaten hat er hier über 38% Rendite an XRP erwirtschaften können. Und da der XRP-Preis sogar noch ein bisschen gestiegen ist, beziehungsweise gerade wahrscheinlich ziemlich genau auf dem Niveau ist, wo er eingekauft hat, wird das Ganze sich wahrscheinlich ziemlich genau auf 40% Rendite belaufen. Finde ich auf jeden Fall crazy. Also da kann man, wenn man es geschickt macht, wirklich dann auch das Maximum rausholen. Und wir sehen hier einmal, wo er überall mit drin ist. Insgesamt 18 Pools, die er besitzt. Sologenic und Core sind mit dabei. MAG, XGO, Evernone und wasserumma. Also keine Ahnung, was das alles für Coins sind. Ich kenne die teilweise auch alle nicht. Muss man ja auch nicht kennen. So eine Person ist mit Sicherheit sehr, sehr tief da drin. Und das ist jetzt wahrscheinlich einer von wenigen, die das so gut gespielt haben, dass das halt perfekt passt. Von daher muss jetzt eure Messerte nicht sein, zu sagen, Oh, ich will jetzt innerhalb von ein, zwei Monaten irgendwie 40% Rendite erwirtschaften. Aber ganz ehrlich, selbst wenn ihr 40% auf ein Jahr gesehen erwirtschaftet, ist das natürlich auch schon sehr, sehr smart. Von daher befasst euch definitiv mit dem Automated Market Maker. Man sollte aus meiner Sicht immer nur das reinpacken, was man auch verlieren kann. Ganz wichtig, also 10.000 XRP sind aktuell 5.000 Dollar. Das ist mit Sicherheit sehr viel Geld. Vielleicht für diese Person nicht. Das kann ich nicht beurteilen. Aber man sollte natürlich nicht mehr irgendwie investieren, als man da auch verlieren kann. Von daher da immer mit Vorsicht genießen. Aber wenn man sich damit befasst, dann kann man da wirklich smarte Rendite rausholen. Und das Ganze auch mit verhältnismäßig überschaubarem Risiko. Aber dazu muss ich nochmal kurz was sagen. Denn es gibt auch genauso andere Beispiele. Und da muss man wirklich mal ganz ehrlich sein. Solche Leute haben leider die falsche Entscheidung getroffen. Ich erzähle euch kurz die Story. 2021 wurde diese bereits gepostet. Denn da ging es um das Thema Hacks. Also ein Coin, der jetzt mittlerweile, glaube ich, nicht mehr ganz existiert. Also der ist zwar noch technisch gesehen da. Aber der CEO wurde irgendwie inhaftiert. Ja, da gab es ein paar Kontroversen und so weiter. Schaut da gerne mal auch in andere Videos rein. Da findet man das ganze Thema Hacks aufgearbeitet. Ist auch ziemlich egal, was das für ein Coin ist. Es geht nur darum, dass eine Person eben sehr viel Geld damit gemacht hat. Insgesamt hatte diese Person 3,4 Millionen Dollar in Hacks. Aber er hat angefangen und hat das Ganze für einen gewissen Zeitraum gesperrt. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, ein halbes Jahr oder ein Vierteljahr oder sowas. Das ist im Kryptomarkt auch schon eine lange Zeit. Aber ist jetzt nichts, was man nicht verkraften könnte. Ja, insgesamt hat er sich aber für 5,7 Jahre entschieden. Also runden wir mal auf oder runden wir mal ab. Und sagen wir mal, für 5 Jahre hat er seine Coins gelockt. Was ja erstmal nicht schlecht ist. Dafür hat er eben auch die maximale Rendite von 40% pro Jahr bekommen. Was bei einer Inflation von 3,6% definitiv noch ein ordentlicher Anstieg und ein ordentliches Plus ist. Somit konnte er auf ein ungefähres monatliches Einkommen von 20.000 Euro kommen. Ja, und ich glaube von 20.000 Euro, da könnten die meisten von uns hier sehr, sehr gut leben im Monat, oder? Dann hat er gesagt, das Ganze möchte er halt eben dann einfach sukzessive abverkaufen. Also einfach jeden Monat das Geld bekommen und dann halt verkaufen. Dann versteuert er das ganz normal wahrscheinlich zu, ich weiß nicht, 25% dieser Kapitalertragssteuer. Ich kenne mich da nicht so ganz gut aus, aber so ungefähr wird das wahrscheinlich bei solchen Staking mit direktem Verkauf und so weiter dann sein. Naja, wie auch immer, zumindest hat man dann hier die Möglichkeit, ordentlich monatliche Rendite zu bekommen. So sagt er es hier. Und ja, jetzt fast forward ein paar Jahre später, in dem Fall jetzt drei Jahre später. So eine Coins sind natürlich nach wie vor gelockt. Ist sein Portfolio aktuell noch 3.000 Dollar wert. Das heißt also, sein monatliches Einkommen müsste sich gerade so auf 20 Dollar belaufen, wenn ich das jetzt richtig gerechnet habe. Oder vielleicht sogar auf 2 Dollar, je nachdem wie man die Null verschiebt. Aber ja, sagen wir mal, 20 Dollar im Monat kriegt er jetzt noch. Ist natürlich auch nett, Passive Income und so weiter, nicht schlecht. Aber man muss schon sagen, das ist mit Sicherheit nicht mehr das, wie er sich das vorgestellt hat. Ja, hätte er doch besser mal irgendwie eine Million verkauft oder sowas und hätte dann zumindest für die nächsten Jahre noch ein bisschen Puffer gehabt. So hat er wahrscheinlich jetzt gerade sehr wenig. Vielleicht hat er die 20.000 Euro natürlich auch immer gespart und so. Das weiß man nicht. Aber man sollte sich nicht so wie solche Leute verhalten, die Millionen gemacht haben, aber natürlich sonst nicht Millionäre sind, abseits vom Crypto Money. Und dann einfach sagen, ja komm, spere ich das Ganze mal für 5, 6 Jahre. Keine Ahnung, wird schon schief gehen. Ja, in dem Fall ist es leider wirklich schief gegangen. Und das wünscht man logischerweise keinem. Aber da stand die Gier wieder ein bisschen über der Praktikabilität bzw. dem Realismus. Dann haben wir noch Bill Morgan, denn hier geht es um die aktuelle Poolverteilung. Also wie viele Pools und XRP gerade auf dem Ledger laufen. Und dann schreibt Bill hier, ich war nur ein paar Stunden weg und schwupps, haben wir schon 10 neue Pools und über 200.000 neue XRP, die gelockt wurden. Das sind wirklich schlechte Nachrichten für den Detective. Darauf reagiert der Detective und sagt dann hier, ja, das ist doch super. Dann brauchen wir nur noch 85 Jahre, um so viel XRP quasi zu haben, wie Ripple letzten Dezember 2020 verkauft hat. Also ja, noch 85 Jahre, dann sind wir auf diesem Niveau. Fand ich wieder eine sehr schwache Argumentation, ehrlich gesagt. Also dann irgendwie das hochzurechnen, zu sagen, ah, in diesem Speed bei 85 Jahren sind wir dann auf dem und dem Betrag und so weiter. Natürlich soll es das ein sicherlicher ziehen, ist mir auch bewusst. Aber es geht ja einfach darum, man ist kurz nicht da, man ist irgendwie ein paar Stunden weg. Auf einmal wurden 200.000 XRP, also 100.000 Dollar, wahrscheinlich sogar mehr, auf dem Ledger als feste Liquidity hinterlegt. Und das Ganze geht ja jeden Tag weiter und das Ganze nimmt auch exponentiell zu. Das sehen wir natürlich auch in allen anderen Statistiken, auch bei Preisanstiegen und so weiter. Also wo man bei Bitcoin früher gefühlt sich um jeden einzelnen Dollar irgendwie gefreut hat, hat man aktuell Sprünge von 65.000 auf 70.000 und irgendwie keinen interessiert es quasi. Und das heißt also, das Ganze nimmt ja dann auch einfach immer zu und die Dimensionen verändern sich einfach. Und in dem Fall kann man das ja auch ganz klar sagen, also nur weil heute vielleicht permanent 200.000 oder vielleicht sogar 300.000 XRP da stündlich dazukommen, heißt das natürlich nicht, dass das die nächsten Jahre so bleiben muss. Ich verstehe zwar den Ansatz, dass man sagt, ja, das sind halt kleine Zahlen und das ändert quasi im Großen und Ganzen nichts. Aber es geht ja darum, dass man den Anfang macht und man kennt das Ganze ja auch bei zum Beispiel Hobbys oder wenn man irgendwas übt. Am Anfang ist das alles sehr schwerfällig, da dauert das alles sehr lange. Und dann irgendwann wird man besser, besser, besser und dann plötzlich wird man einfach deutlich besser und kann dann sehr viele Erfolge innerhalb von kürzester Zeit verbuchen. Und ich glaube, so wird es eben beim XRP Ledger auch sein. Eine Kritik habe ich dann jedoch gesehen und die war definitiv berechtigt und da musste ich auch ein bisschen lachen, denn ein Nutzer oder mehrere Nutzer haben hier einen weiteren Glitch bei XRP gemeldet und der wurde mir nämlich auch zugeschickt, ein Glitch. Und ja, das hat einfach wirklich gar nichts mit dem Glitch zu tun. Das sehen wir hier oben einmal, worum es geht, nämlich XRP. Und zwar sind davor dann halt spitze Klammern, spitze Klammern, Style 1, einmal der Tag geöffnet, einmal der Tag geschlossen. Und ja, als Nutzer, der vielleicht gar nichts mit Programmierung und so weiter am Hut hat, okay, fair enough, kennt man das vielleicht nicht. Als jemand, der aber schon mal in seinem Leben HTML-Seiten programmiert hat, weiß ich natürlich, dass es sich dabei um verschiedene Tags handelt, die beispielsweise mit HTML oder in dem Fall vielleicht sogar mit CSS dann hier einfach auf der Website angezeigt werden. Und das dient einfach dazu, um den Style, also die Schriftart, Schriftgröße und so weiter, von dem in den Klammern stehenden Text eben zu definieren. Und ja, deswegen ist das natürlich kein Glitch, beziehungsweise ist einfach ein Bug, dass da irgendjemand wahrscheinlich den HTML-Interpreter irgendwie nicht richtig auf der Website hat oder sowas. Keine Ahnung, was da passiert, aber zumindest wird halt der Text in Klartext hingeschrieben, was eigentlich diese Tags sein sollten. Also, da sollte man auf jeden Fall auf dem Boden bleiben, das ist natürlich kein Glitch. Und wenn man dann sowas irgendwie, ja, meldet oder sowas, dann verliert man auch ein bisschen an Glaubwürdigkeit, beziehungsweise dann zieht das auch andere Glitches, die aus meiner Sicht berechtigt sind und die berechtigt komisch wirken, dann eben auch ein bisschen ins Lächerliche. Und dann haben wir am Ende natürlich wie immer noch einen Fun-Tweet, hier einmal von BlinglyLab. Und zwar, ich, wenn ich auf einer Party gefragt werde, ob ich über Kryptowährungen reden möchte, und dann, ja, darum bin ich hier. Also, wer kennt es nicht, ne, wenn man auf Partys auf einmal in Kryptowährungsdiskussionen verwickelt wird, passiert mir leider zu selten, aber ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, dass mehr Leute über Kryptowährungen sprechen wollen. Ist ja generell ein spannendes Thema, aber gut, auf Partys haben die meisten Leute auch wahrscheinlich andere Themen dann immer zu besprechen. Naja, aber hier ein kleiner Fun-Tweet. Und ich habe mich natürlich gefreut, dass ihr heute mit dabei wart. Ich hoffe mal, wir sehen uns auch morgen auf diesem Kanal wieder, zu neuen News rund um den Kryptomarkt allgemein. Und bis dahin, schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, was ihr so denkt zu den ganzen Themen. Und gebt ein Like oder Dislike, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns morgen um 18 Uhr wieder. Bis dahin, Leute. Ciao. 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 Ciao.